Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein kleines Problem anzunehmen bei Schiffer Treibsand in Tiefenheim an dieser Stelle. Forquest-Waven wie Pilze aus dem Boden und Fungus-Missgeburten. So, dann ab geht's. Wir müssen in diese Richtung erstmal weit nach oben und in den Südwestern würde ich so tippen. Hier müssen wir hin. Bestes abzugeben bei Pilvium Lightstein in Tiefenheim an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Beweck und wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!